Wir sind jetzt auf dem besten Weg. Die Krise zu überwinden, aber noch haben wir den Stand von 2008 nicht erreicht. Wir als Mittelständler brauchen einen maßvollen Abschluss. Die Krise zu überwinden, die Krise zu überwinden. Die Krise zu überwinden, die Krise zu überwinden. Die Krise zu überwinden, die Krise zu überwinden.